Willkommen beim heutigen Fotoshooting. Hier siehst du Rosenblätter, mit denen wirst du heute fotografiert. Nackt. Äh, okay. Was soll ich anziehen? Komm zurück. Da ist der Rosenhaufen. Heute fotografieren wir dich nackt und mit Rosenblättern bedeckt. Juhu, was? Wo ist dein Babemantel? Wir machen ein Foto mit Rosenblättern. Okay. Wisch dir vorher das Koks weg. Zieh dich aus. Du wirst nur von Rosenblättern bedeckt sein. Ah, da sind wir meine Problemzonen. Du bist eine einzige Problemzone. Ich habe mich so wohl gefühlt beim Fotoshooting. Ich fand es so toll, als die von Scheinwerfern erwärmte Luft meine nackte Hautsaft streichelte. Es war so anstrengend, dass ich gleich fünf Big Macs und zwei Whopper verdrückt habe. Durch die Cola Light werde ich sicher abnehmen. Du bist einfach fett. Du bist nur gemein. Ich gehe jetzt alles auskotzen. Nimm Batterien mit. Die Fernbedienung geht nicht. Kotzen hilft eh nichts bei mir. Ich kann einfach nicht umschalten. Hey Mädels, ich habe einen neuen Stoff. Wollt ihr mal eine Nase? Ich muss mich nur ansehen, dann bin ich genauso glücklich. Ich wäre froh, wenn der Fernseher gehen würde. Du hast ja abgenommen. Du bist aber trotzdem zu fett für einen Topmodel. Ich war eh nur wegen dem Gratis-Essen da. Du hast einiges drauf, aber deine Drogenskandale sind skandalös. Du kannst nicht gewinnen. Du würdest mir nur die Show stellen. Wer übernimmt dich sicher. Na, wo bin ich denn dann hier? Na, ich bin's. Die Helll. Nun steht es fest. Du hast gewonnen. Was willst du damit sagen? Du bist Germany's next Top-Barbie. Und wer bist du? Na, die Helll. So, Rolf, bring den Preis. Ja, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020